Ich habe dich gerne. Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einer süssen, selber gemachten Botschaft. Mit der variablen Bachform Küchenfeu von Betty Bossi ist das ganz einfach. Sie können aus einer Form sogar drei verschiedene Küche machen. Statt einem Herz können Sie in Cake formen oder eine Mini-Torte für Ihr nächstes Kaffee-Kränzchen. Für die Orientierung fahren Sie einfach der Führung auf der Bachmatte nach rund, Cakeform oder Herz. In der Bachform Küchenfeu können Sie alle Betty Bossi Cake- und Springform-Rezept backen. Für gar auch Ihres persönlichen Betty Bossi-Liebensrezept. Ich zeige Ihnen hier, wie Sie ein süsses Herz für Ihre Liebsten backen können. Das geht ganz einfach. Die Form auf die Bachmatte stellen, dann leicht einfetten und den Teig einfüllen. Und schon ist alles bereit für den Ofen. Nach dem Backen behaltet der Küche seine schöne Herzform. Das Bissküppel habe ich halbiert und fülle es mit einer feinen Mousse. Anschliessend mache ich den zweiten Teil oben drauf und dann ist die Torten bereit zum Verzieren. Die Form kann ich gerade noch als Tortenring brauchen. Und das Tüpfel für mich, die ganz persönliche Liebesbotschaft. Bestellen Sie die Bachform Küchenfeu bei Betty Bossi. Das Bissküppel